Willkommen, willkommen zu The Mighty Quest for Epic Loot mit mir, Peter Wutz von Creed.de und einem von euch, nämlich, 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 Lord LP. Lord LP mit Stufe 7, schauen wir doch mal, was du uns so entgegenzustellen werfen, schleudern, ich wollte schleudern sagen, entgegenzuschleudern hast, aber gut. So ist das eben, wenn man gerade erst sprechen gelernt hat, so wie ich. Ich bin ja überhaupt nicht deutscher, ich bin ja eigentlich ihre. Mal sehen, wer mir das glaubt. Ich bin nicht so hundertprozentig sicher, was du hier machst, aber es sieht komisch aus. Das sieht interessant aus, obgleich wenig nützlich. Ja, ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was die beiden Skulls da eben sollten. Verwirrung funktioniert nicht, würde ich nicht versuchen. Das hier sieht okay aus. Sieht so aus, als könnte man damit was anfangen, an irgendeinem Punkt. Ja gut, bei so niedrigen Schlössern ist das total schwierig zu sagen, ganz ehrlich. Es ist richtig schwierig zu sagen, man hat nicht die Auswahl an Kreaturen und so weiter und so fort, also... I don't know. Also die zwei Dr. Skulls fand ich sehr komisch, die hätte ich so nicht gestellt. Nicht in der Reihenfolge. Eher die Gruppe mit den ganz vielen Derps da vorstellen, dahinter die Skulls, dann hast du wenigstens die Chance, dass du die auferstehen lassen oder so. Je nachdem, welches Skulls du genommen hast. Das wäre jetzt so mein Plan, glaube ich. Aber gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn dir das gefallen hat, like da lassen, wer was zu sagen hat, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren und wie immer sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.